was so dass der Kollege vom Kollegen ist ein guter Kollege ist aber der Kollege von anderen Kollegen ist eigentlich der viel bessere Kollege, weil wenn man Kollege, Kollege sagt, dann muss man auch Kollege, 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 guter Kollege, Kollege sagen. Weil das Ding an den Kollegen ist, dass es immer einen guten Kollegen gibt und der gute Kollege ist von einem anderen Kollegen nach der viel bessere Kollege, lecker, weil wegen immer, Gott, lecker, 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 lecker. Du verstehen, was ich meine? Okay. Oh, gute Kollege, lecker.